Christliche Seelsorge und Homosexualität Christliche Seelsorge und Homosexualität, so mein Thema. In den vergangenen Jahren ging es in dem Streit um die Homosexualität innerhalb der Kirche vor allem um das Abstecken von Positionen. Gegner wie Befürworter haben ihre Argumente ins Feld gebracht. Es gab Verletzungen auf beiden Seiten. Die seelsorgerliche Dimension jedoch wurde häufig außen vorgelassen. So sehr es in dieser Auseinandersetzung um die theologische Wahrheit geht, so geht es doch auch immer um Seelsorge, denn es geht um Menschen. Mein Lehrerman Fritz Seitz sagte, Seelsorge sei ein Beistehen in den Grundsituationen des Lebens vom Evangelium her, ein Gespräch mit dem Ziel des Heilwerdens, des Heilwerdens der Seele. Theologie und Heilwerden, Theologie und Seelsorge gehören daher untrennbar zusammen und können nicht auseinandergerissen werden und sie werden das auch in diesem Vortrag so spüren. Zur Vorbereitung hatte ich das autobiografische Buch von David Bennett gelesen. Dieses spannende Buch gibt erstaunliche Einblicke in das Herz eines homosexuell empfindenden Christen. Der aus Sydney stammende Bennett outet sich als 14-Jähriger als homosexuell. Die Tatsache, dass er so empfindet, ist weder psychologisch noch soziologisch, entwicklungsbiologisch oder auf andere Weise zu erklären. So ist er eben Punkt. Obwohl er von seinen Eltern mitsamt seiner Sexualität angenommen wird, geliebt wird, tut er sich die ganze Zeit schwer. In seiner Sehnsucht lässt er sich auf verschiedene Männerfreundschaften ein. Er wird zu einem Aktivisten in der schwulen Szene in Australien. Er kämpft mit sich selbst und vor allem kämpft er mit dem Christentum, denn er fühlt sich von der Bibel diskriminiert. Die Folge ist, dass er die Bibel hasst. In seinem langen Weg zu Christus gibt Bennett Einblicke in sein Leiden, in sein Kämpfen und in sein Ringen, in seine Einsamkeit und in seine Enttäuschung. Man kann dieses Buch nicht lesen, ohne sich selbst in seiner Haltung zu Homosexuellen zu hinterfragen. Es zeigt Irrwege und Fehlwege auf von Christen gegenüber homosexuell empfindenden Brüdern und Schwestern. Es zeigt aber auch, wie hartnäckig die Suche eines Menschen sein kann. Die Suche nach der Wahrheit, die Suche nach der eigenen Identität. Und deshalb berührt dieses Buch. Es fordert aber auch heraus. Denn wer dieses Buch liest, wird sehr schnell merken, hier geht es nicht nur um homosexuell empfindende Christen oder um homosexuelle Liebe. Vielmehr geht es um den Stellenwert der Sexualität im Allgemeinen und grundsätzlich. Gehen wir also die Sache ganz grundsätzlich mal an. Erstens, die Ehe von Mann und Frau. Es ist der sechste Schöpfungstag. Nachdem Gott das Licht, Himmel und Erde, die Tiere des Landes und des Meeres gemacht hatte, kommt der Mensch. Endlich, möchte man sagen. Gott hat ihm ein schönes Nest gemacht, das er nun beziehen kann. Dabei schafft er ihn gleich im Doppelpack, nämlich als Mann und als Frau. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat also den Menschen als Gegenüber zu sich erschaffen. Als jemanden, in dem er sich spiegelt. Als ein Wesen, das auf ihn hinweist. Dem entspricht, dass er den Menschen nicht nur als ein Einzelexemplar gemacht hat, sondern, wie gesagt, im Doppelpack. Gott in sich, beziehungsreich als Vater, Sohn und Heiliger Geist, schafft ein Wesen, das selbst in Beziehung existieren soll. Im Hebräischen ist der Unterschied zwischen diesen beiden Wesen, von Mann und Frau, durch einen einzigen Buchstaben bestimmt. Nämlich, der Mann ist der Isch und die Frau die Ischa. Also dieses A ganz am Schluss kennzeichnet einen Unterschied, aber der doch sehr wesentlich ist. Denn beide sind komplett anders. Jeder für sich ist Gottes Ebenbild, aber auch in ihrer Gemeinsamkeit von Mann und Frau sind sie zusammen Gottes Ebenbild. Im zweiten Schöpfungsbericht findet sich das Miteinander von Mann und Frau bestätigt. Da heißt es, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Gott wird erneut initiativ. Er ist das handelnde Subjekt. Er stellt dem Mann eine Hilfe zur Seite. Die Frau ist das dem Mann Korrespondierende oder, wie es in der englischen King James-Übersetzung heißt, she's corresponding. Betont wird, dass sie eine Hilfe ist. Also nicht nur irgendeine Art von Hilfe, sondern sie als Frau ist die spezielle Hilfe, die den Mann ergänzt und die er braucht. Wie findet der Mann nun seine Hilfe? 1. Mose 2, 22 heißt es, dass er einen Schlaf auf den Adam fallen lässt, Gott ihm eine Rippe entnimmt und daraus ihm die Frau formt und sie ihm dann zuführt. Nun lässt sich etwas sprachlich Interessantes feststellen. Anders als in Genesis 1 wird nicht vom Erschaffen, sondern vom Bauen Gottes direkt geredet. Das Baumaterial aber ist die Rippe, hebräisch Zela. Dieses Wort Zela findet sich nur an ganz wenigen Stellen im Alten Testament, etwa beim Tempelbau. Was Luther mit Rippe übersetzt, meint eigentlich ein sakral-architektonisches Bauelement. Eigentlich müsste man es so übersetzen. Jahwe baute den Tragbalken des Heiligtums, den er von Adam genommen hatte, und bildete ihn zur Frau und brachte sie ihm, dem Adam, dann zu. Damit wird deutlich, wenn also Rippe oder das Teil, aus dem die Frau geformt wird, im Grunde ein sakrales Bauelement, das exklusiv für den Bau des Tempels verwendet wird, hier benutzt wird, wird deutlich, die Ehe ist im Grunde ein Heiligtum. Heilig aber meint besonders, anders, zu hüten und zu beschützen. Und wenn immer wieder behauptet wird, dass die Ehe ein rein weltlich Ding sei, so trifft es nicht zu. Natürlich hat Luther gesagt, die Ehe sei ein weltlich Ding in dem Sinne, dass sie eben nicht zum Heil des Menschen beiträgt, aber doch ist sie auch in seiner Wahrnehmung ein ganz und gar etwas Heiliges. Kann sagen, dass die Ehe von Gottes Wort umschlossen ist oder dass Gottes Wort wie eine Monstranz sei, dass die ganze Ehe umschließt. Also die Ehe ist nicht beliebig, ist auch keine kulturgeschichtliche Erfindung von Menschen, sondern von Anfang an ein Bau Gottes, der einen Charakter der Heiligkeit in sich trägt. Wer sich in diesem Zusammenhang auf Gottes Schöpfertum mit seiner Argumentation einlässt, sieht sich sofort Vorwürfen konfrontiert. Man sagt immer, die Rede von Gottes Schöpfungsordnungen sei heute doch überholt. Man wird auch immer wieder mit einer großen Keule argumentiert. Die Nazis hatten ja auch von den Schöpfungsordnungen, von den ewigen Ordnungen Gottes gesprochen. Und daher könne man heute diesen Begriff völlig, müsse man völlig ausblenden, ertauge nichts mehr in unserer Argumentation. Übersehen wird allerdings, dass Jesus selbst mit der Schöpfungsordnung im Blick auf die Ehe argumentiert. Matthäus Kapitel 19 Übersehen wird, dass Luther die Schöpfungsordnungen Gottes keineswegs als ein enges Korsett gesehen hat oder als etwas Statisches, im Gegenteil. Er sagt, diese Ordnungen, die von Gott verfügten, dieser Gott von Gott verfügte stand, sei in Glaube und in Liebe zu gestalten. Von daher bekommt er eine Dynamik und eine innere Freiheit und ist eben gerade nicht dieses statische Konzept. Dieser Stand der Ehe, als Schöpfungsordnung Gottes, in Gottes Wort gefasst, von ihm gesegnet und von ihm geheiligt, kann freilich nur im Glauben wahrgenommen werden. Der Unglaube wird sagen, was ist schon die Ehe? Ein kulturgeschichtliches Konstrukt? Eine Entwicklung im Laufe der Menschheitsgeschichte? Der Glaube wird sagen, nein, von Gott her verfügt. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Zweitens, Sexualität als Bundeszeichen. Sexualität ist eine Gabe Gottes, nichts Schmutziges, nichts Verwerfliches. Die christliche Religion ist grundsätzlich leibfreundlich. Und doch hat sie innerhalb des Glaubens und der Religion eine ganz besondere Funktion. Sie dient als Bundeszeichen. Ich will das im Folgenden kurz erklären. Das hebräische Wort Dabak, das Anhangen von Mann und Frau, beschreibt ein unzertrennliches Verbundensein der beiden. Darin aber spiegelt sich ein sehr viel größeres Verbundensein wider, nämlich das Verbundensein Gottes zu seinem Volk, seine Treue. Die Gemeinschaft, das Aneinander Anhangen von Mann und Frau, hat daher eine Verweisfunktion. Sie verweist auf die Treue Gottes zu seinen Menschen, zu seinem Volk. Sex ist daher nicht nur oder in keiner Weise nur das Ausleben eines Triebes. Es ist nicht nur zum Lustgewinn eingesetzt, nicht nur Mittel der Selbstentfaltung und schon gar nicht nur reine Privatsache. Vielmehr hat der Geschlechtsverkehr in der Bibel die Vereinigung zweier Menschen, wenn sie eine Person werden, immer auch einen Verweis auf die Einheit und die Verschiedenheit Gottes, auf seine Treue zu seinem Volk, das Anhangen Gottes zu seinen Leuten. Auf den ersten Blick scheint, wenn die Bibel von ein Fleischwerden spricht, nur von der sexuellen Vereinigung die Rede zu sein. Das ist auch gemeint, aber damit ist noch nicht alles gesagt. Fleisch meint, dass Mann und Frau nicht nur körperlich, sondern auch sozial, wirtschaftlich, juristisch miteinander verschmelzen. Die Ehe ist also eine ganzheitliche Lebensgemeinschaft, allerdings eine ganzheitliche Lebensgemeinschaft zweier unterschiedlicher. Oder wie Hannah Gerl-Falkowitz es sagt, Zitat, Alles, was lebendig ist, was der Entwicklung und der reizvollen Antwort auf Neues fähig ist, besteht nicht aus symmetrischen Kräften, die einander die Waage halten. Es setzt sich vielmehr zusammen aus ungleichen Energien mit unterschiedlichem Antrieb und getrennten Aufgaben. Im Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Energien kann tiefe Gemeinschaft entstehen. Jedoch nicht in der Gemeinschaft von Gleichen, sondern eben die Gemeinschaft von Unterschiedlichen. Und ist es nicht so, macht nicht gerade das, das Wesen von Gemeinschaft aus, dass es Unterschiedliche sind? Sexualität ist der tiefste Ausdruck der Verbundenheit verschiedener. Timothy Keller sagt es so, Vereinige dich nur dann körperlich mit einer Person, wenn du bereit bist, dich emotional, persönlich, sozial, ökonomisch und legal dich mit ihr zu vereinigen. Damit ist auch klar, wo die Sexualität von Mann und Frau ihren Platz hat, nämlich in der Ehe. Dieser unserer modernen Welt fremder, ja unpopulärer Gedanke ist tief im biblischen Schrifttum verankert. Das Alte Testament verurteilt grundsätzlich jeden Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, der nicht durch die Ehe geschützt ist. Während das Wort Ehebruch den außergeschlechtlichen Geschlechtsverkehr bezeichnet, bezieht sich der Begriff Unzucht auf alle übrigen Fälle von Geschlechtsverkehr. Volker Gäckle hat es mal sehr schön gesagt, Zitat, Ehebruch meint den außerehelichen Geschlechtsverkehr von Verheirateten und auch den Geschlechtsverkehr von verlobten Menschen. Unzucht dagegen bezeichnet den Geschlechtsverkehr von Menschen, die weder verlobt noch verheiratet sind. Hören wir noch mal auf Timothy Keller. Die Bibel rät nicht deswegen zur sexuellen Abstinenz vor der Ehe, weil sie eine so niedrige Meinung vom Sex hätte, sondern weil sie eine sehr hohe davon hat. Die biblische Lehre bedeutet, dass außerehelicher Sex nicht nur moralisch falsch ist, sondern auch persönlich schädlich. Wenn Gott die Sexualität als Mittel zum Schließen und Erneuern einer Bundesbeziehung gedacht hat, dann haben wir sie uns als ein emotionales Mittel der Hingabe eines Menschen an einen anderen zu verstehen. Als ein emotionales Mittel der Hingabe zweier Menschen. Zwei Menschen verbinden sich in ihrer Person beim Sex. Paulus greift diesen Gedanken auf. Wenn er darüber aufklärt, etwa die Korinther, dass der Sex mit einer Prostituierten nicht nur den Körper betrifft, sondern immer die ganze Person. Weil Menschen in ihrer Personalität miteinander verbunden sind, deshalb braucht die Ehe der Sexualität auch einen Rahmen als Schutz, die Ehe. In Epheser 5 verbindet Paulus die alttestamentlich vorgegebene Abfolge von Verlassen, Anhangen und Einswerben der Eheleute mit Aussagen über die christliche Gemeinde. Was hier vom ersten Adam gesagt ist, nämlich, dass er seine Frau gewinnt, ist Modell für den Weg von Jesus. Das Verlassen, das vom Manne gesagt wird, findet in Christus noch einmal eine ganz andere und tiefere Bedeutung. Der Sohn Gottes reißt sich von verrückter Liebe gepackt, vom Vaterhaus los, läuft einer Frau nach, diese Frau ist seine Gemeinde. In der Ehe von Mann und Frau bildet sich der Weg vom Verlassen Jesu des Vaterhauses hin zum Menschen und der Vereinigung mit ihm ab. Welche geistliche Bedeutung, welchen Verweischarakter hat also die Ehe? Sie ist kein Sakrament nach unserem evangelischen Verständnis, ist also kein Mittel zum Heil und doch eine hochgeistliche Beziehung. Drittens, Homosexualität. Tatsächlich finden sich innerhalb der Schrift nur wenige Stellen zur Homosexualität. Diese Tatsache wird immer wieder ins Feld geführt, um zu behaupten, deshalb sei das Thema auch nicht so wichtig und sei zu vernachlässigen. Wir müssen allerdings genau hinschauen und sehen, an welcher Stelle diese Stellen in der Schrift vorkommen. Etwa im Buch Leviticus, im sogenannten Heiligkeitsgesetz. Hier wird der ursprüngliche Gotteswille formuliert und zwar im Kontrast zur heidnischen Lebensweise. Israel soll sich unterscheiden von den Heiden und gerade in diesem Punkt der Sexualität. Dazu kommt, dass junge Mädchen geschützt werden sollen, dass die Ehe geschützt werden soll und dass auch Frauen vor Missbrauch geschützt werden sollen. Was Gott in der Schöpfung also Grund gelegt hat, das wird eben durch diese Stellen, gerade im Buch Leviticus, 3. Mosebuch, noch einmal erneuert und klargestellt, dass es in Beziehung zur Heidenwelt nicht gang und gäbe sein kann, dass sich Israel auf andere Sexualpraktiken einlässt. Ich schaue mal die Stelle genauer an, Leviticus 18, 22, da heißt es. Bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Und bei keinem Vieh sollst du liegen, sodass du dich an ihm unrein machst. Und eine Frau soll sich nicht vor ein Vieh hinstellen, damit sie es sie begatte. Es ist eine schändliche Befleckung. Und wenn ein Mann bei einem Manne liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide ein Gräuel verübt. Sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Wir können es etwa so wiedergeben. Keine sexuelle Verbindung mit einem menschenmännlichen Geschlechts, als wäre es eine Frau, sollst du eingehen. Der homosexuelle Verkehr unter Männern ist also untersagt. An beiden Stellen wird ein Wort benutzt, Toeba, was ein absolutes Tabu ausdrückt. Luther übersetzt es mit Gräuel. Wie erklärt sich diese scharfe Ablehnung? Karl Barth sagt, die Homosexualität rüttle an der von Gott gegebenen Ordnung. Er kann sogar sagen, sie sei eine Perversion. Häufig wird dagegen der Einwand ins Feld geführt, es handele sich allein um die Ablehnung kultischer Prostitution, also um kultischer Homosexualität. So wie sie eben damals in Kanada waren üblich wahr. Ich meine nicht. Das Verbot gilt grundsätzlich. Es wäre für den Glauben Israels völlig undenkbar, dass es eine sogenannte profane Homosexualität geben könnte und daneben eine religiös-kultische. Gottes Gebot betrifft immer beides, das ganze Leben, den ganzen Alltag. Und da soll der Mensch der Heiligkeit Gottes entsprechen. Sie sollen ein heiliges Volk sein. Dass Israel den Unterschied machen soll zur Umwelt, hat auch der Jude Dennis Prager ausgedrückt. Er konnte sagen, Sexualität wurde damals in Israel in das eheliche Bett von Mann und Frau verlagert. Das war damals schon revolutionär, zur Zeit keine Ahns, und war nicht weniger revolutionär, zur Zeit des Neuen Testamentes, etwa tausend Jahre später. Angesichts einer solch eindeutigen Zurückweisung homosexuellen Verhaltens lässt sich diese nur schwer als zeitbedingt verstehen, so wie es immer wieder angenommen wird. Der Alttestamenter Walter Eichroth schreibt, die Bedeutung der alttestamentlichen Stellungnahmen zur Homosexualität erschöpft sich nicht in einer vereinzelten Verurteilung aus einem uns nicht mehr fassbaren Empfinden antiker Sittlichkeit heraus, sondern steht mit dem alttestamentlichen Gottesbild im engsten Zusammenhang und bekommt von daher seine tiefe Bedeutung. Denn jedem Einzelverbot entspricht ein Wissen um Gottes ursprünglichen Schöpferwillen, durch den das Verhältnis der Geschlechter zueinander geregelt ist. Mit anderen Worten, der ursprüngliche Schöpferwille Gottes soll festgehalten werden, soll in Israel gelebt werden. Deshalb diese scharfe, scharfe Ablehnung. Israel, ein Volk, das den Unterschied machen soll in einer heidnischen Umwelt. Dasselbe könnten wir jetzt auch im Blick auf Paulus viele Jahre später sagen. Bei Paulus gibt sich nämlich ein ganz ähnliches Bild wie im Kontext des Alten Testaments. Die junge christliche Gemeinde lebte in einer Umwelt, in welcher sakrale Prostitution und auch solch andere sexuelle Perversionen üblich waren. Er stuft solche Verhaltensweise als heidnisch ein. Von Menschen also praktiziert, die den lebendigen Gott nicht kennen, die den Gott Israels nicht kennen, den Gott der Christen nicht kennen. Die christliche Gemeinde stellt demgegenüber allerdings eine neue Schöpfung dar. Und die bekehrten Homosexuellen sollten daher auch zu einem neuen Umgang mit ihrer eigenen Sexualität finden. Fassen wir das zusammen, dann lässt sich sagen, dass die Aussagen der Schrift zur Homosexualität keineswegs zeitbedingt waren und sind, sondern einen Ursprungswillen Gottes repräsentieren. Und es greift daher zu kurz, wenn man die betreffenden Stellen mit dem Hinweis als überholt abtut, dass Paulus noch nichts von einer Anlage bedingten Homosexualität wissen konnte und wir es heute differenzierter sehen müssten. Diesem zwar immer wieder vorgetragenen Einwand ist insofern zuzustimmen, als Paulus tatsächlich noch nichts von der medizinischen Forschung unserer Zeit wusste, dennoch lässt sich Paulus damit nicht einfach entkräften. Denn selbst wenn Paulus und die anderen Verfasser der biblischen Schriften von einer konstitutionellen Homosexualität nichts wussten, so lässt sich doch ganz klar sagen, dass die Deutung, die Auslegung ständig negativ konnotiert ist. Sie beschreiben nämlich hier eine tiefgreifende Beziehungsstörung des Menschen zu Gott. Die Tatsache, dass etwas als vorfindlich, vielleicht sogar genetisch bedingt und tatsächlich als unabänderliche Gegebenheit da ist, besagt noch lange nicht, dass Gott es als eine Struktur des Lebens bejaht. Ulrich Eibach sagt daher meines Erachtens völlig zu Recht, das Natürliche ist keineswegs immer das Gott Gewollte. Die homosexuelle Veranlagung sagt mithin nichts darüber aus, ob Homosexualität nach Gottes Willen auch sein soll und wie sie theologisch und ethisch zu beurteilen ist. Viertens, die Not Homosexueller im Kontext der christlichen Gemeinde. Was exegetisch meiner Meinung nach klar ist, ist allerdings im konkreten Lebenskontext problematisch. Bennett schreibt, wie er sich als Homosexueller von Christen wahrgenommen fühlt. Zitat Wenn Christen mir sagten, sie seien gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, machten sie mich wütend. Ich hielt den christlichen Gott für ein moralisches Ungeheuer, das in einem Akt göttlicher Kindesmisshandlung den eigenen Sohn ans Kreuz bestraft, nur nun war er zu einer Waffe in der Hand der Homophoben geworden, die ihn dazu benutzten, LGBTQI-Leute ihre Rechte zu berauben. Jedes Mal, wenn ein Christ von der traditionellen Ehe sprach oder gar einem Kommentar über Homosexualität von sich gab, hörte sich das an wie Hass. Die Worte Homosexualität ist eine Sünde bedeuteten, dass wir als Homosexuelle keine Beziehung zu Gott haben konnten. Es kam mir vor, als nehme man mir alle Würde und löschte mein Dasein einfach aus. Solche Äußerungen lassen die Not von David Bennett und vieler homosexueller Christen nur erahnen. Homosexuelle erfahren in christlichem Kontext Ablehnung. Und das sollte für uns als Christen ein Grund sein zur Umkehr, zur Buße und Bitte um Vergebung. Das ist einfach nicht gut. Trotzdem, wir müssen ja klären, wie wir nun damit umgehen. Mein früherer Lehrer Manfred Seitz konnte einmal sagen, lass sie einfach in Ruhe. Er meinte damit, dass man um die homosexuelle Lebensweise nicht so viel Aufhebens machen sollte. Aus dieser Sicht lässt sich eine große Empathie erahnen, auch sein Wunsch, sie nicht einfach zu diskriminieren. Mag sein, dass diese Aussage sie einfach in Ruhe zu lassen vor 30, 40 Jahren noch möglich war. Der Druck zur Gleichstellung aber war nicht nur groß in den letzten Jahren, sondern auch erfolgreich. Und es kann nicht weit darum gehen, sie in Ruhe zu lassen. Die homosexuelle Community hat um Akzeptanz gerungen, um Gleichstellung. Und daher ist dieser gut gemeinte Vorschlag meines Lehrers leider überholt. Die Kirche hat inzwischen mit dem Angebot der kirchlichen Segnung beziehungsweise Trauung einen anderen Weg der Akzeptanz eingeschlagen. Dabei verschweigt sie allerdings, dass der göttliche Ehe Segen exklusiv der Verbindung eines Mannes und einer Frau vorbehalten ist. Es ist etwas anderes, homosexuelle als Einzelne zu segnen, als eine solche Beziehung. Ein starkes Argument, homosexuelle Beziehungen zu segnen, war, dass solche Beziehungen ja auch auf Dauer, Treue und Verbindlichkeit angelegt wären. Und wo diese Werte entsprechend gelebt würden, wäre demnach die homosexuelle Verbindung einer Ehe vergleichbar. Der Trauung stünde dann nichts mehr im Wege. Hintergrund ist die in Korinth verbreitete Lebenspraxis, nämlich, dass dort die Homosexualität oft missbräuchlich im Blick von einem Stärkeren auf einen Schwächeren ausgeübt wurde. Also ein Gefälle in der Beziehung war, wo dieses Gefälle allerdings nicht besteht, sondern Menschen auf Augenhöhe nun homosexuell zusammenkommen, sei dies im Grunde kein Problem. Die Frage ist, ob man diese Werte, Dauer, Verbindlichkeit, Treue von der Ehe automatisch auf andere Lebensformen übertragen kann. Mit gleicher Argumentation könnte man das dann behaupten, dass die Mehr-Ehe, die Viel-Ehe von diesen Werten, wo sie von diesen Werten geprägt ist, zu segnen sei, kirchlich zu legitimieren sei. Auch das Argument, dass die genannten homosexuellen Beziehungen auf Augenhöhe geführt wurden, überzeugt letztlich nicht. Denn auch heterosexuelle Beziehungen hatten natürlich in der Antike ein Gefälle und fanden nicht automatisch auf Augenhöhe statt. Und wenn wir so argumentieren, dann müssten wir gleich sagen, Paulus, du lebst in einer Zeit und in einer patriarchalischen Zeit, wir können überhaupt nichts mehr von dir übernehmen, was im Blick auf Ehe, im Blick auf Sexualität, im Blick auf gelebte Beziehungen von Mann und Frau zu sagen ist. Nun sind die Werte gewiss zu achten und jeder Beziehung zu wünschen. Und doch ist die Ehe eine besondere Beziehung. Sie besitzt als Ikone Gottes einen Verweischarakter auf den dreieinigen Gott. Und diese besondere Eigenart, dieses besondere Wesen der Ehe, das dürfen wir nicht unterschlagen. Ein anderer Weg des Umgangs innerhalb der christlichen Gemeinde, der auch sehr unbarmherzig sein kann, ist die Forderung nach sexueller Umorientierung. Der zeigt allerdings von großer Unkenntnis in der Sache. Davon war es auch Thorsten Dietz zu berichten. Er schreibt seit Jahrzehnten über die Botschaft verkündet, Veränderung ist möglich, den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen, dem gegenüberstehen neben manchen Veränderungszeugnissen unzählige Geschichten von Verzweiflung, Doppelleben, Selbsttötung, Selbstverstümmelung etc. Aus manchem Ex-Gay wurde mit der Zeit ein Ex-Gay. Seit Jahrzehnten haben sich alle seriösen therapeutischen Schulen und psychologischen Vereinigungen der Fachwissenschaften der Idee distanziert, dass es die Möglichkeit therapeutischer Veränderung von Homosexualität gäbe. Dietz hat hier in gewisser Weise Recht. Und doch beschreibt er die Not nicht treffend. die Gleichung Ändere deine homoerotische Neigung und alles wird gut geht tatsächlich nicht auf. Zurecht wird von Dietz betont, wie übrigens auch von Markus Hoffmann, ehemals Wüstenstrom, von beiden wird betont, dass Sexualität nicht therapierbar sei. Und trotzdem bleibt in dieser Frage eines unberücksichtigt. Es geht nämlich um viel tiefere Fragen als nur um Therapie oder Änderung. Es geht um die Frage der Identität. Es geht um die Frage des eigenen Wertes. Es geht um die Frage nach der Stillung meiner Sehnsucht und meiner Bedürfnisse. Es geht um die Frage nach meiner Sehnsucht nach Beziehung. Wer bin ich? Wie kann ich zu mir finden, auch als Mann und als Frau? Und ich weiß aus Gesprächen mit Homosexuellen, wie tief diese Frage ist. Es bleibt uns also die Frage nach dem seelsorgerlichen Umgang. Wenn nun sowohl die kirchliche Trauung wie auch die Akzeptanz, die bloße Akzeptanz homosexuellen Verhaltens nicht in Frage kommt, wenn auch die Reparationstherapie also sich ändern nicht so einfach ist, was bleibt uns dann? Kann das Verhalten Jesu im Umgang mit einer beim Ehebruch ertappten Frau Vorbild sein? Er nimmt diese Frau an, verurteilt sie nicht und gibt ihr doch Gottes Gebot mit auf den Weg. Auch Paulus spricht davon, dass Christen sich gegenseitig annehmen sollen. Als Angenommene nehmen wir andere an. Und dieser zentrale Gedanke ermöglicht überhaupt nur ein Zusammenleben von Christen in der Gemeinde. Homosexuelle wollen nicht Christen zweiter Klasse sein. Sie wollen brutto geliebt sein. Sie wollen angenommen sein. Sie wollen als Christen angenommen sein. Denn was uns als Christen zu Christen macht, ist ja nicht in erster Linie unsere sexuelle Orientierung, sondern unsere Beziehung zu Jesus Christus. Ich bin mir sicher, dass Jesus jeden homosexuellen Menschen annimmt. Aber würde er auch sagen, es ist gut so? würde er das tatsächlich tun? Es ist alles, alles gut? Wir würden Wesentliches übersehen, nämlich, dass die homosexuelle Liebe eine mit einer Verwundung gekennzeichnete Liebe ist. Und dass der Schmerz über diese Wunde nicht zum ursprünglichen Beziehungskonzept Gottes gehört. Die Wunde wird bleiben. Es ist nicht einfach alles gut. Fünftens und letztens Sexualität unter der Christusherrschaft. Es ist gewiss eine harte Rede, wenn ich behaupte, dass der einzig legitime Ort für die Sexualität die Ehe von Mann und Frau ist. Eine solche Rede lässt keine anderen Optionen zu, weder die Außer noch die voreheliche noch die homoerotische. Aus unserer modernen Sicht, die wir heute so haben, ist diese Rede nicht nur hart, sondern erscheint vielen unmenschlich. Ja, sogar menschenfeindlich. Selbst innerhalb der katholischen Kirche finden sich inzwischen immer mehr Stimmen, die sich von der traditionellen Sexualmoral der Kirche verabschieden. Sexualität zu der inzwischen verstorbene Freiburger Moraltheologe Eberhard Schockenhoff Sexualität im Sinne des lustvollen Erlebens des eigenen Körpers vermittle sinnstiftendes und sei Ausdruck des Humanum. Dabei spiele es keine Rolle, ob dieses lustvolle Erleben innerhalb einer Ehe, außerhalb einer Ehe, vor einer Ehe oder als gleichgeschlechtliche Handlung wahrgenommen wird. Sex als Grundrecht des Menschen. Dieses Grundrecht kann entsprechend unterschiedlich verwirklicht werden. Nun kann man Schockenhoff zugutehalten, dass er Brücken bauen möchte, dass er die scheinbar antiquierte Sexualmoral der katholischen Kirche uns modernen Menschen schmackhaft machen würde. Wir sollen spüren, dass die Kirche mit der Zeit geht, dass sie uns nicht verdammen will. Und käme die Kirche nicht endlich aus diesem Sperrfeuer der Medien heraus, wenn sie sich von ihrer alten Sexualmoral lösen würde? Würde die Kirche nicht sehr viel mehr an Zuneigung finden, wenn sie sich fortschrittlich gibt an dieser Stelle? Vorehrlicher Sex, wo ist das Problem? Außerehrliche Kontakte, das ist doch nur Lust. Das kann doch inspirierend sein. Homosexuelle Liebe, wer würde das nicht tolerieren wollen? Also eine etwas entspanntere Sicht auf die ganze Sache, hilft uns das? Wie viele Menschen würden dann mit der Kirche nicht länger über Kreuz geraten? Wie viele würden vielleicht neu Zugang zu ihr finden? so fragt dann Hart Meuser, der große Kritiker der neuen katholischen Sexualmoral in rhetorischer Absicht, um dann zugleich zu kontern, dass die Kirche, wo sie diesen Weg der Anpassung beschreitet, nicht mehr an Einfluss und Anerkennung gewinnt, sondern im Gegenteil ihre Prägekraft verlieren wird. Tatsächlich, keine zentrale Lehre des Christentums ist heute so unpopulär wie diese und gleichzeitig erscheint mir keine andere als wichtiger. Die traditionelle kirchliche Sexualmoral erzeugt nicht nur bei Menschen außerhalb der Kirche Kopfschütteln, auch viele, viele Christen haben sich längst davon verabschiedet. Warum soll man darauf überhaupt noch hören? Antwort nicht um den Genuss einzuschränken, sondern um den Überfluss, den Segen Gottes in der Sexualität zu erleben. Nicht nur in der Antike lebten die Menschen in einer übersexualisierten Gesellschaft, das ist heute nicht anders. Und für viele lautet das Credo unserer Tage, das Leben hat nur dann Sinn, wenn man auch seine Sexualität ganz offen leben und ausleben kann. Ohne Sex kein Leben. So das Credo vieler. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Der Vorwurf, dass ein Leben ohne körperliche Sexualität krank mache oder schädlich sei, ist kaum haltbar. Gewiss. Es gibt junge Menschen, die an ihrer Sexualität verzweifeln. Und manche hat diese Verzweiflung auch in den Selbstmord getrieben. Das müssen wir offen anerkennen. Und doch müssen wir behaupten, es ist ein Irrtum zu meinen, dass ein Leben ohne Sex sinnlos sei oder keine Erfüllung bieten würde. Jesus zumindest sieht das anders. Und wenn wir so argumentiert, er argumentiert mit unserer Zeit, dem Geist unserer Zeit, aber gewiss nicht mit dem Neuen Testament. Gewiss, Sex ist ein mächtiges Verlangen, aber es ist nicht grundlegend für mein Leben, sodass ich mich nicht ohne Sexualität auch entfalten könnte. Wir stehen an einer entscheidenden Frage. Das war in der frühen Kirche nicht anders als heute. Das Christentum hatte, um in der Antike zu überleben, eine Gegenmoral entwickelt. Rod Dreher schreibt, das Christentum, wie es Paulus verkündigte, bewirkte eine kulturelle Revolution, indem es den männlichen Eros eindämmte und kanalisierte, den Status der Frauen und des menschlichen Körpers erhöhte und die Ehe mit Liebe füllte. Die christliche Ehe war in einer übersexualisierten Zeit also etwas radikal anderes, etwas bisher nie Dagewesenes, ganz ähnlich wie der christliche Gedanke, dem Anderen nicht nur die rechte, sondern auch die linke Wange hinzuhalten. Revolutionär geradezu, so Rod Dreher. Der Umgang mit der Sexualität also war für die ersten Christen ein Kennzeichen, sich von der heidnischen Umwelt zu unterscheiden. Und deshalb sagt Paulus auch, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Euer Leben soll eine dankbare Antwort auf die empfangene Barmherzigkeit Gottes sein. Gebt eure Leiber hin, an Gott, euren ganzen Leib, euren ganzen Körper, nicht nur den Geist, nicht nur die Seele, sondern gebt euch ganz mit Leib und Seele und stellt euch dem Herrn zur Verfügung, Römer 12. Wie nun eine unter Christus gelebte Sexualität aussehen kann, möchte ich abschließend in ein paar Punkten entfalten. Christen wissen sich brutto geliebt. Die tiefte Lebenserfüllung ist Christus selbst. Er ist das Brot, das die Seele sättigt. Er ist der Weinstock, der Freude spendet. Er ist der Hirte, der das Leben führt. Letzte und tiefste Erfüllung meines Lebens finde ich deshalb nicht in einem Partner, sondern in Christus. Das ist das Erste. Das Nächste, die Ehe eines Mannes mit einer Frau, ist der Ort, in dem die Sexualität als Gabe, auch als Aufgabe, aber als Gabe zunächst gelebt werden soll. Nicht zum egoistischen Lustgewinn, aber auch nicht als mit wechselnden Partnern, sondern in der Ehe. Als Bundeszeichen der Vereinigung Gottes mit seinem Volk bildet die Ehe diesen Grundgedanken ab. Dann, homosexuell empfindende Christen wissen sich wie alle anderen Christen auch von Christus brutto geliebt. Von brutto geliebt und von ihm gestillt. In der Christus Beziehung erfahren sie ihren Wert und ihre Würde wie alle anderen Menschen auch. Im Blick allerdings auf ihre Sexualität empfinden sie vielleicht ganz ähnlich wie Paulus einen Stachel. Ich habe diesen Gedanken von David Bennett übernommen. Einen Stachel wie es Paulus in 2. Korinther 12 beschreibt. Sie empfinden da ist eine Wunde da ist eine Stachel da ist etwas was in meinem Leben schwer ist. Da ist etwas schweres in meinem Leben über das ich kaum oder nicht hinweg komme. Und zu meiner Überraschung schreibt der hoch geschätzte und doch homosexuell empfindende katholische Schriftsteller und Priester Henry Nowen Zitat Meine Sexualität wird bis zu meinem Tod eine große Quelle des Leidens sein. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung dafür gibt. Der Schmerz ist wahrhaftig und ich muss ihn mir zu eigen machen. Jede Beziehungslösung wäre ein Desaster. Ich fühle mich zutiefst von Gott dazu berufen, meinem Gelöbnis entsprechend zu leben. Doch vertraue ich darauf, dass dieser Schmerz fruchtbar sein kann. Nowen konnte seine eigenen inneren Kämpfe mit seinem Empfinden nie ganz überwinden. Er lernte aber auch, sich ihrer nicht zu schämen. Wunibald Müller, der Nowen gut kannte, sagt Hilfreiches dazu. Bin ich in Berührung mit mir selbst, habe ich mein Fundament gefunden, meinen Boden bestellt, auf dem mein Leben gedeihen kann, dann weiß ich und spüre ich, dass die Nichterfüllung meines sexuellen Verlangens mich nicht zu einem halben Menschen macht, mir nicht für das Leben wesentliche Erfahrungen vorenthält, mir nicht ein Leben in Fülle verunmöglicht. Es entgeht mir etwas, es entgeht mir mitunter etwas Lustvolles und Schönes, aber mein Leben ist trotzdem wertvoll, auch wenn ich darauf verzichte. Müller führt das Stichwort Verzicht ein. Verzicht zu üben gilt für Verheiratete wie für Singles. Die Frage ist allerdings, ob ein solcher Verzicht besonders im Blick auf Homosexuell Empfindende zumutbar ist. Martin Grabe verneint. Er sagt, man könne nicht einfach verzichten. Oder es sei ein Charisma, das nur ganz wenigen gegeben sei. Trotzdem, das Neue Testament spricht auch von bewusstem Verzicht. Die einen um des himmelreiches Willen, die anderen aufgrund persönlicher Entscheidung sexuelle Abstinenz als Gabe zu beschreiben, die nur wenigen, ganz wenigen möglich ist, scheint mir daher riskant zu sein. Was ist mit Verheirateten, die teilweise abstinent leben? Was ist mit Verwitweten? Natürlich bedeutet für homosexuelle Christen der zölibatäre Lebensweg, nicht weniger als eine Lebensaufgabe, eine schwere Lebensaufgabe mitunter. Zum Schluss, Verheiratete, Singles und homosexuell Empfindende sollen ihren Platz in der christlichen Gemeinde finden, wo das eheliche Leben nicht absolut gesetzt wird. Vielmehr der Gedanke der Gemeinschaft vorherrschend ist, wo man zusammen leidet und wo man miteinander lebt, wo der eine dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommt, wo man einander vergibt und aufhilft, wenn man fällt. Das sind Heteros und Homos gemeinsam auf dem Weg, wo Christus ihre Defizite letztlich heilen wird und damit ihr Leben zur Erfüllung kommt. Und Tod re mit Gott glück sind sch das ist,